In diesem Video gebe ich dir einen kleinen Einblick in das Krankheitsbild des Brustkrebses, dem Mama-Karzinom. So differenzieren wir Brustkrebs bei Frauen und Männern. Ich erkläre dir etwas zu den Ursachen und den Risikofaktoren, definiere Früherkennungs- und Screening-Möglichkeiten und erkläre dir die Diagnostik, Therapie und Nachsorgemöglichkeiten. Der Brustkrebs oder das Mama-Karzinom, vom lateinischen Mama, die Zitze oder Brust, ist der häufigste bösartige Tumor der Brustdrüse des Menschen. Nur etwa jede hundertste dieser Krebserkrankungen tritt bei Männern auf. In den westlichen Staaten ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen. Am Brustkrebs sterben mehr Frauen als in irgendeiner anderen Krebserkrankung. Die meisten Erkrankungen treten sporadisch, also zufällig auf. Es gibt aber sowohl erbliche als auch erworbene Risikofaktoren. Neben der Heilung sind der Erhalt der betreffenden Brust und vor allen Dingen der Lebensqualität erklärtes Ziel der medizinischen Behandlung. Die Therapie besteht in der Regel in einer an das Erkrankungsstadium angepassten Kombination aus Operationen sowie auch Zytostatika, Hormon- und Strahlentherapie. Neue Ansätze aus dem Gebiet der Krebsimmuntherapie werden außerdem durch sogenannte monoklonale Antikörper ermöglicht. Das medizinische Vorgehen basiert in hohem Maß aus Erfahrungen, aus Studien, folgt oft der evidenzbasierten Medizin und ist in weltweit akzeptierten Leitlinien standardisiert. Zahlreiche nationale und internationale Programme zur Früherkennung und zur strukturierten Behandlung sollen die Mortalität, also die Sterblichkeit, künftig senken. In Deutschland ist das Mammakarzinom mit einem Anteil von 32% aller Krebsneuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das Lebenszeitrisiko wird mit 12,9% angegeben, das heißt etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an einem Brustkrebs. In Deutschland schätzt man etwa 17.460 brustkrebsbedingte Todesfälle pro Jahr. Die durchschnittliche 5-Jahres-Überlebensrate beträgt zurzeit ca. 90%. Während jedoch in den reichen Ländern die Sterberate sinkt, ist sie in den ärmeren Ländern nach wie vor hoch. Dies hängt zum einen mit der immer höheren Lebenserwartung zusammen, zum anderen mit den schlechteren diagnostischen und auch therapeutischen Möglichkeiten in den ärmeren Ländern. Männer erkranken seltener an Brustkrebs. In Uganda beispielsweise sind 5% aller Mammakarzinom-Patienten männlich, in Samia hingegen liegt der Anteil sogar bei 15%. Nach aktueller Statistik aus 2019 sind es in Deutschland jährlich etwa 700 Männer. Das Verhältnis von Erkrankungen bei Männern zu Frauen liegt bei 1 zu 100. Die Diagnosestellung erfolgt bei Männern in einem höheren medialen Alter, bei etwa knapp 70 Jahren. Es gibt zahlreiche Ursachen und Risikofaktoren. Hierzu gehören genetische Risikofaktoren, hormonelle Faktoren, die Linkshändigkeit, wie sich aus der statistischen Beobachtung heraus ergeben hat. Die linke Brust ist z.B. häufiger betroffen als die rechte. Weitere Risikofaktoren sind auch ionisierende Strahlung, ein deutliches Übergewicht, Nikotinabusus, also Rauchen, ein erhöhter Alkoholkonsum, eine geringe Jodaufnahme und es gibt noch zahlreiche weitere Risikofaktoren, die man in Statistiken erheben konnte. Etwa 80-90% aller Geschwulste in der weiblichen Brust wurden bisher von den Frauen selbst zufällig entdeckt. Diese tastunsichtbaren Tumoren sind bei ihrer Entdeckung oft schon relativ groß und sind deshalb meist mit einer schlechten Prognose verbunden. Durch konsequente Früherkennung kleinerer, nicht tastbarer Tumore könnte die Sterblichkeit großen Studien zufolge um 25% gesenkt werden. Zur Früherkennung dienen Programme zur systematischen Selbstuntersuchung, der Mamasonographie sowie der Screening-Mammographie. Der medizinische Nutzen der Früherkennung ist allerdings umstritten. Insgesamt gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Hierzu gehört die Selbstuntersuchung, die ärztliche Krebsfrüherkennung, die Brustkrebsfrüherkennung durch Blinde, bildgebende Verfahren wie die Röntgenmammographie und die Früherkennung durch Biomarker. In der Diagnostik werden dann in der klinischen Untersuchung auch bildgebende Diagnostiken eingesetzt, eine Gewebeentnahme durchgeführt oder auch in sogenannten Genexpressionstests angewendet. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Genexpressionstests für Patientinnen, die an frühem und hormonrezeptorpositiven Brustkrebs erkrankt sind. Sie untersuchen die Aktivitäten von verschiedenen Genen, also der Genexpression, in Gewebeproben eines Brustkrebstumors und helfen damit, diejenigen Patienten, die von einer adjuvanten Chemotherapie profitieren können und diejenigen Patienten, denen diese nebenwirkungsreiche Therapie erspart werden kann, voneinander zu unterscheiden. Zur Vereinheitlichung und Verbesserung der Krankenversorgung gibt es in Deutschland seit 2003 sogenannte zertifizierte Brustzentren an Krankenhäusern und auch seit 2004 ein sogenanntes Disease Management Programm für Brustkrebs, an dem sich auch niedergelassene Ärzte beteiligen können. Die gemeinsame Leitlinie der Stufe S3 der Deutschen Krebsgesellschaft und der medizinischen Fachgesellschaften ist für diese Programme die Orientierung zur Behandlung von Brustkrebs. Die Strategie zur Brustkrebsbehandlung wird meist im Rahmen einer sogenannten Tumorkonferenz geplant, in der sich Gynäkologen, internistische Onkologen, Radiologen, Strahlentherapeuten und Pathologen beteiligen. Die Einbindung der Patientin in die Entscheidungsfindung ist wie bei jeder eingreifenden medizinischen Maßnahme von großer Bedeutung. Die Therapie der Brustkrebserkrankung soll im Frühstadium eine Heilung, beim metastasierten Karzinom eine Lebenszeitverlängerung und im Spätstadium eine Linderung der Krankheitsbeschwerden erreichen. Bei der Wahl der konkreten Therapie steht die Erhaltung der Lebensqualität immer im Vordergrund. Brustkrebs kann sich sehr schnell im Körper ausbreiten und wird daher schon in frühen Stadien mit einer systemischen, also im ganzen Körper wirksamen Therapie behandelt. Diese nach dem amerikanischen Chirurgen Bernard Fischer benannte Fischer-Doktrin ist die Grundlage der Chemo- und Hormontherapie beim Brustkrebs. Fast immer besteht die Behandlung heute aus einer Kombination verschiedener Therapieformen. Werden beispielsweise zusätzliche Maßnahmen vor einer Operation durchgeführt, werden sie als Neo-Adjuvant bezeichnet, werden sie nach einer Operation umgesetzt, nennt man sie Adjuvant. Fernmetastasen verschlechtern die Prognose rapide, da in der Regel bei Vorliegen einer sichtbaren Fernmetastase multiple Mikrometastasen vorhanden sind. Deshalb richtet sich die Behandlung auf die Lebenszeitverlängerung und den Erhalt einer angemessenen Lebensqualität mit einer langfristigen Stabilisierung der körperlichen, aber auch der psychischen Verfassung. Brustkrebs bildet ausgesprochen häufig Knochenmetastasen. Rezidive und Metastasen können operativ entfernt oder mit Strahlentherapie behandelt werden. Trotz der Nebenwirkungen kann unter Umständen auch mit der Verabreichung einer Chemo, Hormon oder durch eine gezielte Krebstherapie eine Erhöhung der Lebensqualität und auch eine Verlängerung der Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung, also dem sogenannten progressionsfreien Überleben, erreicht werden. Die Nachsorge der behandelten Patienten dauert in der Regel fünf Jahre und richtet sich zumeist nach den Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft. Auf Nebenwirkungen der Strahlentherapie, der Chemotherapie und auch einer Hormontherapie muss besonders geachtet werden. Neben einer Befragung und einer klinischen Untersuchung soll in den ersten drei Jahren, da hier die meisten Rezidive auftreten, alle sechs Monate eine Mammographie angefertigt werden. Ab dem vierten Jahr erfolgt die Mammographie, ebenso wie bei der zweiten, gesunden Brust von Anfang an, nur noch jährlich. Gemäß S3-Leitlinie kehrt die Patientin nicht mehr zu einem zweijährigen Intervall oder in das Screening-Programm zurück. Es muss bei jeder einzelnen Patientin sehr sorgfältig abgewogen werden, ob die Nachsorge in der hier angegebenen Form tatsächlich durchgeführt werden soll. Jede klein nachgewiesene Veränderung kann eine erhebliche psychische Belastung nach sich ziehen, die wiederum die Lebensqualität entscheidend beeinflussen kann. Hilfreich ist zu jedem Zeitpunkt der Behandlung zudem körperliche Aktivität, also Sport. Behandlung zudem körperliche Aktivität. Behandlung zudem körperliche Aktivität. Behandlung zudem körperliche Aktivität. Behandlung zudem körperliche Aktivität.